Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 6. November 2018 Wir haben vier Grundelemente Und diese vier Grundelemente können wir auch in Natur beobachten. Alle Elemente sind lebensnotwendig, alle Elemente sind auch gleichwertig. Und das sind die Feuerelement, Erdelement, Luftelement und Wasserelement. Und hier brauchen wir die Harmonie. Die Einflüsse von den Elementen ändern sich täglich. Und es ist nicht immer ausgewogen. Und deswegen betone ich diesen täglichen Einfluss auf unserem Leben, damit wir einen Ausgleich finden. Die Berechnung ist nach indischer Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sind, dass das anderes ist als in die westlichen Horoskopen. Weil die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten und Jahrtausenden macht diese Bewegung schon etwas aus. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Und diese Präzession wird berücksichtigt in indischen Astrologie. Und das übereinstimmt, so wie die Astronomen das oberechnen. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichnung Waage. Und die Tierkreiszeichnung Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze die Sonne hier zum Luftelement. Das ist Luftelement hier. Mond befindet sich auch in der Tierkreiszeichnung Waage. Es nähert sich zum Neumond. Morgen ist Neumond. Die beiden Lichter treffen sich in der Tierkreiszeichnung Waage. Und ich setze Mond auch zum Luftelement. Mars bewegt sich in der Tierkreiszeichnung Wassermann. Gestern war er noch im Tierkreiszeichnung Steinbock. Ab heute bewegt sich Mars im Wassermann. Und Wassermann gehört auch zum Luftelement. Ich setze Mars auch zum Luftelement. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichnung Skorpion. Die Tierkreiszeichnung Skorpion gehört zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, auch im Wasserelement. Venus ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet oft Vergangenheit. Venus befindet sich auch in der Tierkreiszeichnung Waage. Also Luftelement. Ich setze zum Luftelement. Saturn ist immer in der Mitte. Saturn erdet. Also ich stelle Saturn in die Mitte. Und Uranus, Neptun, Pluto sind die äußeren Planeten. Haben auch Einfluss auf unser Leben, aber weniger auf unseren Alltag. Und hier sind die Sonne, Mond und die persönlichen Planeten. Und wir schauen an die Unterteilung. Es ist leicht zum Erkennen, dass die Luftelement sehr betont ist. Und das bedeutet Leitigkeit oder befreit zu sein von etwas. Endlich aufatmen. Die Luftelement vermittelt Worten, also hat ein Bezug zur Kommunikation auch. Und weil Merkur, was eigentlich für Kommunikation zusteht, ist im Wasserelement. Und das symbolisiert unseren Gefühlen. Also es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen. Und es wird auch passieren, vor allem die beiden Liebesplaneten, Mars und Venus, kommen zu einer Verbindung. Venus im Tierkreis zeichnen, Waage, Mars im Tierkreis zeichnen, Wassermann. Und die beiden Luftelementen, die beiden Tierkreis zeichnen, stehen in Harmonie. Also es nähert sich zu einer Verbindung und auch klärenden Gesprächen, Kommunikation. Was bei diesem Legung abfällt, das fehlt etwas. Es fehlt das Feuerelement und es fehlt das Erderelement. Saturn befindet sich im Tierkreis zeichnen Schütze. Das wäre Feuerelement. Aber Saturn zieht sich in die Mitte zurück und belehrt uns etwas. Und in den heutigen Tagen ist die Lernaufgabe, mehr auf das Feuerelement konzentrieren. Und das bedeutet unserem inneren Feuer. Und das kann die Begeisterung sein. Und wenn wir von etwas begeistert sind, dann sollen wir aktiv sein. Ein Feuerelement ist immer aktiv. Und wenn dieser inneren Feuer Wut ist, dann muss diese Wut raus. Nicht aggressiv, aber das müssen wir davon abbefreien. Was noch fehlt, ist die Realitätbezogenheit. Es ist schwierig vorzustellen, dass unsere Wünsche in Tat umgesetzt werden. Es fehlt der Bezug zum Erderelement. Die Lernaufgabe mehr auf dem Feuer konzentrieren. Und all das, was gerade passiert. Und hier handelt es sich um Gespräche. Hier handelt es sich um die Liebe, Partnerschaft. Und momentan ist wichtig, die klärenden Gespräche. Und nicht überlegen, was kommt in die nächste Zeit, wie wird das Realität. Sondern diese Begeisterung und auch Leidenschaft vermitteln und das spüren. Und Zeit lassen, bis das befestigt wird. Bis wir auch das Gefühl haben, wir haben einen festen Boden unter unseren Füßen. Weil das ist die Erde-Element. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil des Horoskopes. Und jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 6. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichenwage im Osthorizont auf. Dann folgt die Tierkreiszeichenen Skorpion. Tierkreiszeichenen Schütze. Die Tierkreiszeichenen Steinbock. Die Tierkreiszeichenen Wasserman. Die Tierkreiszeichenen Fischen. Die Tierkreiszeichenen Wider. Tierkreiszeichenen Stier. Tierkreis zeichnen Zwillinge Tierkreis zeichnen Krebs Dann die Tierkreis zeichnen Löwe Und die Tierkreis zeichnen Jungfrau Die Monatsthemen habe ich oft erwähnt Ich möchte das nicht jedes Mal wiederholen Das bewegt sich und immer mehr schiebt sich in diese Richtung So wie die mythologische Geschichte erzählt Helios, die Sonnenwagen, das zieht die Energie immer nach oben So bewegen sich auch die Tierkreis zeichnen und ändern sich die Themen Aber das Hauptthema ist das gleiche, was ich in den vergangenen Tagen auch erwähnt habe Sonne befindet sich in der Tierkreis zeichnen Waage Ist auch Sonnenaufgang Also ich setze Sonne hier im Waage Mond befindet sich auch im Tierkreis zeichnen Waage Es nähert sich Neumond Morgen ist Neumond Dann sind die beiden Lichter zusammen Und Mond wird unsichtbar sein Weil Mond hat kein eigenes Licht Sondern Mond empfängt das Licht von der Sonne Und wenn die beiden sich hier treffen Dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten Und für uns ist Mond unsichtbar Es ist dann Neumond Mars befindet sich ab heute in Tierkreis zeichnen Wassermann Merkur befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion Jupiter auch ist im Skorpion Venus ist rückläufig Das bedeutet entweder wird das noch etwas gebremst in die Liebe Partnerschaft Das bedeutet aber auch Vergangenheit Kehrt jemand zurück von Vergangenheit Oder kommen alten karmischen Erinnerungen, Begegnungen Venus ist im Waage Saturn befindet sich nach indischer Berechnung in Tierkreis zeichnen Schütze Uranus ist auch rückläufig Und hierbei wieder befindet sich Diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit Und Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse Neptun ist auch rückläufig Und befindet sich in Tierkreis zeichnen Wassermann Und Pluto befindet sich nach indischer Berechnung auch im Schütze Die Verbindungen Und was löst hier das aus? Liebe Partnerschaft und die Gefühle Und auch die Weiblichkeit Mond, Venus vermittelt beide die weibliche Energie Das ist sehr spürbar Gerade bei den Waagegeborenen An diesem Platz kommt es auch in Ausdruck So wie ein Sonnenaufgang geht Die Energie nach außen Also die Waagegeborenen Besonders die Waagendamen Sind auch gerade Werden wahrgenommen Und Liebe Partnerschaft Und auch die Weiblichkeit Ist sehr wichtig Und auch dieser Bedürfnis Wahrgenommen werden Ändert sich auch etwas in die Liebe Partnerschaft Die Gefühle werden intensiver sein Oder ändert sich etwas im Aussehen Eine neue Frisur, andere Kleider Es sind die Veränderungen Bei den Waagegeborenen Und auch mehr Klarheit Bei der Liebe Partnerschaft Obwohl bei Neumon Was morgen kommt Ist mehr Rückzug Aber durch den Sonneneinfluss Kommt auch Klarheit Bei Skorpiongeborenen Sind wichtig hier die Gespräche Auch die Gerechtigkeit Das sind Jupiter-Themen Aber Jupiter vergrößert Vermehrt auch etwas Und hier handelt es sich auch um Finanzen Bei Jupiter haben wir auch Glück Und das erleben gerade Die Skorpiongeborenen Glück in Finanzen Klärenden Gesprächen Eine rechtliche Lage Oder Verträgen Bei Schützengeborenen Sind Themen Eine Lernaufgabe Etwas loslassen Beenden Kündigen Trennen Weil das stört Das kann vieles sein Das kann falsche Kontakte sein Oder Arbeit Was gar keinen Spaß macht Und man sollte Neu orientieren Beruflich neu orientieren Weil das kränkt alles Oder die zwischenmenschlichen Kontakte Oder Gegenstände Gewohnheiten Aber auch Gefühle Wie Angst und Zweifel Das ist der Prozess Gerade bei den Schützengeborenen Bei Wassermanngeborenen Ist die Neptun Thema Die Erinnerungen Bei dieser Rückläufigkeit Ist die Erinnerungen Und das sind manchmal Täuschungen Enttäuschungen Und jetzt kommt die Marsenergie Dazu Das kann auch eine männliche Person sein Und jetzt besteht die Chance Das Wiederklären Gut zu machen Oder eine Versöhnung Bei Wiedergeborenen Sind das Umbrüche Veränderungen Bei vielen Wiedergeborenen Ist das bei Liebe Partnerschaft Weil in diesem Platz Wo die Tierkreis Seinen Wieder befindet Ist die Platz Die Liebe Partnerschaft Und jetzt zu Verbindungen Sonne steht In Verbindung Zum Neptun Sonne im Waage Neptun im Wassermann Die Verbindung Ist harmonisch Dieser rückläufige Neptun Löst Erinnerungen aus Oft enttäuschte Enttäuschungen Oder in Vergangenheit Hat jemand Euch enttäuscht Oder etwas vorgetäuscht Oder oft ist es auch ein Betrug Es sind aber Erinnerungen Und das wird jetzt geklärt Weil die Sonne zeigt die Wahrheit Und die Klarheit Also es kommt etwas in Ordnung Thema ist Vergangenheit Täuschungen und Enttäuschungen Eventuell Betrug Bei Neptun Energie handelt Nicht nur um die Täuschungen Das ist die negative Seite des Neptuns Die positive Seite des Neptuns Ist die Träume Die Träume und die Visionen Und gerade bei Mars Einfluss im Wassermann Handelt es sich auch um die Liebe Besonderes bei den Damen Dass endlich kommt der Mann Der Traummann Und die Vergangenheit wird geklärt Kann eine Versöhnung sein Kann auch bedeuten Die Vergangenheit wird abgeschlossen Und kommt etwas Neues Mond steht in Verbindung zum Mars Ist auch eine schöne Verbindung Weil Tierkreis zeichnen Waage Und Tierkreis zeichnen Wassermann Beide gehören zum Luftelement Also die Verbindung ist schön und harmonisch Hier handelt es sich bei Gefühlen Bei Mondenergie Natürlich die Gefühlen Und bei Mars ist ein männlicher Person Entweder bedeutet Um die Gefühle achten Stärke zeigen Kraft zu zeigen Und mit diesem Luftelement Im Leichtigkeit bleiben Oder bei vielen bedeutet Besonderes bei den Damen Ein männlicher Person Der sich öffnet Und spricht Über Gefühlen Und handelt Mond Mond bedeutet oft auch Veränderungen Jupiter steht in Verbindung zum Uranus Jupiter im Tierkreis Seinen Skorpion Uranus ist ihm wieder Die Verbindung ist so Vielleicht So lala Ich weiß es nicht Sehr unsicher Und bei Jupiter Themen Handelt es sich gerade hier Wo um Finanzen Auch geht Um Investition Oder etwas zu vergrößern Auch geschäftlich Auch finanziell Die Investition Diese Veränderung Ist unsicher Das kann ein Gewinn sein Kann aber auch Verlust sein Es ist Risiko dabei Bei Jupiter Themen Handelt es sich oft auch um Gerechtigkeit Oder Ungerechtigkeit Und in einer rechtlichen Lage Ist auch sehr ungewiss Wie das ausgeht Das kann gut sein Aber kann auch ein Verlust sein Und diese Unsicherheit entsteht Hier bei Jupiter Themen Etwas zu vergrößern Oder investieren Oder eine rechtliche Lage Und bei Uranus Sind das die Veränderungen Die Verbindung löst Unsicherheit Risiko aus Mond steht in Verbindung Zum Venus Ein Mond-Venus-Konjunktion Nennt man das In Tierkreuzzeichnen Vage Die Kräfte vereinen sie sich Bei Mond geht es um Gefühlen Ist ein weiblicher Energie Und bei Venus ist Auch weiblicher Energie Und hier wird die Gefühle Intensiv gelebt Beim Mond Kann auch Themen sein Mutterschaft Oder Mütterlichkeit Oder Themen Mit unserer eigenen Mutter Und das kann auch Bei Mond-Venus Natürlich sein Entweder die Gefühle Intensiver leben Und auch zeigen Nach außen Oder Mutterthemen Mond befindet sich In Tierkreuzzeichnen Vage Und dieser Mondhaus Heißt Shitra In indischen Astrologie Gibt es Mondhäuser Und dieser Mondhaus Wird beeinflusst Bestrahlt von Spika Spika ist ein Stern Im Himmel Befindet sich In Tierkreuzzeichnen Jungfrau Aber die Tierkreuzzeichnen Verschmelzen sie sich Miteinander Und obwohl Dieser Stern Im Jungfrau befindet Aber wirkt Hier in diesem Bereich Tierkreuzzeichnen Vage Weil es ist die Grenzbereich Zwischen Jungfrau Und Vage Und dieser Spika Wurde Bei den Römern Verehrt Das ist die Weizen Ehre Der Jungfrau Und symbolisiert Ernte Das heißt Was wir heute Beginnen Das trägt Früchte Und wir sollen Beim Mundeinfluss Auf unserem Gefühl Hören Auf unserer Intuition Spika Zeigt auch Die Balance Punkt Und früher Etwa vor 7000 Jahren War noch hier Die Frühlings Punkt Und gab Ein Katastrophe Dass eine Große Welt Reich Untergegangen Ist Und hat sich Alles Verschoben Und das können Wir auch Erkennen Auf unserem Planet Erde Wenn wir Die Kontinenten Betrachten Dann Wie ein Puzzle Passt alles Zusammen Das heißt Es war Früher Eins Und Es musste Etwas Da sein Katastrophe Von außen Oder Ein Atomkrieg Etwas Das hier Versunkenen Zivilisationen Sind Und weil Hier bei Spika War Früher Die Frühlings Punkt Zeigt Eine feinstoffliche Energie Auf Diesen Alten Zivilisation Und da Können wir Gerade Bei Neumond Morgen Ist Neumond Da vielleicht mal Auch das Verinnerlichen Darüber zu Meditieren Welche Eindrücke Löst Es Bei uns Aus Also ganz Feinstoffliche Energie Und sehr Geheimnisvoll Auch Wie wirkt Diese Geheimnisvolle Mond Energie Auf dem Einzelnen Tierkreis Zeichnen Dieser Waage Mond Unterstützt Die Zwillingsgeborenen Unterstützt Die Wassermann Geborenen Unterstützt Die Löwengeborenen Und die Schützengeborenen Spiegelt Etwas Für die Wiedergeborenen Weil die Liegen Gegenüber Und für die Wiedergeborenen Bedeutet Das Inneren Gleichgewicht Auf die Gefühle Achten Etwas Bewusster Wahrnehmen Dann Bekommen Hilfe Mit Diesem Mond Energie Die Jungfrau Geborenen Und die Skorpion Geborenen Hier Entsteht Die Nähe Und Vertrauen Auch Einflüsse Von Außen Diese Mond Energie Löst Unsicherheit Aus Oder Innere Ruhe Unruhe Unsicherheit Unruhe Bei Die Tierkreis Zeichnen Stier Geborenen Und Bei Die Tierkreis Zeichnen Fischen Geborenen Und Nervosität Haben Die Krebs Geborenen Und Die Steinbock Geborenen Hier Verbessert Sich Etwas Dann Wenn Mond Übergeht In Tierkreis Zeichnen Skorpion Und Das War Mein Tageshoroskop Und Ich Möchte Noch Mein Angebot Ankündigen Ich Empfehle Erstmal Die Blitzberatungen Was Ist Es Wie Funktioniert Es 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 E-Mails Beratungen Und Das Bedeutet Ihr Schreibt Mir E-Mail Beschreibt Eure Lebenssituation Stellt Euren Fragen Und Ich Beantworte Dieser E-Mails Blitz Schnell Das Das Heißt Ihr Habt Die Antwort Noch Im Selben Tag Spätestens Nächsten Tag Habt Ihr Schon Die Antwort Mein Honorar Beträgt Pro Frage 10 Euro Mein E-Mail Adresse Ist Blitzberatung At Denderasuzanna Medici Punkt Kom Oder Ein Horoskop Analyse Nach Indischen Astrologie Entweder Ein Geburtshoroskop Analyse Oder Ein Jahreshoroskop Was Kommt Jahr 2019 Und Da Beträgt Mein Honorar 100 Euro Also 100 Euro Für Ein Geburtshoroskop Analyse Und 100 Euro Für Ein Jahreshoroskop Ich Bedanke Mich Für Das Zuschauen Mein Name Ist Denderasuzanna Medici Herzlich willkommen In diesem kurzen Video Wo ich euch gerne informieren möchte Thema ist Geld und Finanzen Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen Diese Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht Ist auch nicht zu jeder zugänglich Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängsten loslassen Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasuzanna-medici.com Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun Fühlt euch zu nichts verpflichtet Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht Ich bedanke mich für das Zuschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici